Ich glaube in die Bojen da reinfahren kommt scheiße, aber... Gut, dann... Na, lenken wir rum. W-E-L-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Es ist schon ein tolles, auf zwei Pips, ne? Uh-huh Jetzt kommen rein rein Das ist aber nicht ganz schön Tschüss Und alle Leinste und alle Arme Cool Oh, es ist so cool, das ist irgendwie mit einem Barsch jetzt kommt der Weg jetzt kommt dem WHAH 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 Ein Flieger! Wir docken jetzt in dieser Weide an. Ja, das was da weg spreiselt sind kleine Eichhörnchen. Achtung! Gib mir mal lieber den Lenker hier. Langsam, woherz, langsam. Und in die Weide. Jupp. Jetzt jetzt auch noch jemand bitte, ja? Jetzt wieder mal einer durch die Gegend geflogen kommt. Oh, da kommt keiner rein. Klar, die kommen ja gleich. Ja, wie laufen sie denn? Sie kommen schon. Sie fliegen! Sie fliegen. Sie fliegen. Sie fliegen. Sie fliegen. Sie fliegen. Sie fliegen.